Wie ihr gleich sehen werdet, ist die Werbung wirklich sehr, sehr stark eskaliert. Der Februar war besser als der November. Heute gibt es die Einnahmen vom November und wir starten auch direkt mit Merch by Amazon. Bei Merch by Amazon fangen wir jetzt einfach hier wie immer mit dem japanischen Marktplatz an. Hier auch im Februar keine Sales, All-Time ja auch noch kein Sale. Und jetzt seit diesem Monat auch der einzige Marktplatz, wo ich noch keine Sales habe. Denn ihr könnt sehen, hier beim französischen Marktplatz ist hier auch heute der erste Sale reingekommen. Und auf den anderen Marktplätzen hatte ich ja auch schon überall Sales. Deswegen fehlt jetzt nur noch der japanische Marktplatz. Und dann habe ich hier auf allen Marktplätzen mindestens einen Verkauf. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Meilenstein, wenn ich den erreiche. Und ich hoffe mal, dass dieses Jahr irgendwann nochmal hier ein Verkauf beim japanischen Markt reinkommt. Ja, dann gehen wir zum spanischen Marktplatz weiter. Hier im Februar gab es keinen Verkauf. Im letzten Monat ja auch schon nicht. Dort hier nur im Dezember war das glaube ich einen Verkauf gehabt. Dann gehen wir weiter zum italienischen Marktplatz. Hier gab es im Februar einen Verkauf, wie ihr sehen könnt, 4,58 Euro. Das war ein Pullover. Wenn ihr die wöchentlichen Einnahmenvideos gesehen habt, habt ihr das ja vielleicht auch schon gesehen. Aber ich gehe jetzt hier trotzdem nochmal alles durch, für die, die die Videos nicht gesehen haben. Insgesamt ist hier schon drei Verkäufe auf dem italienischen Marktplatz. Könnt ihr hier auch nochmal uns diese Übersicht angucken. Gibt es jetzt zwar nicht so viel zu sehen, aber hier seit Dezember jetzt ein Verkauf pro Monat. Ich hoffe, das entwickelt sich noch ein bisschen nach oben. Aber ich bin da auch eigentlich ganz zuversichtlich, weil in den letzten Tagen hatte ich jetzt immer mehr Verkäufe auf den Nebenmarktplätzen. Dazu komme ich aber gleich noch. Und ich lade da jetzt auch überwiegend englische Designs hoch, die ich auch auf den Nebenmarktplätzen hier, also dem UK, französischen, italienischen, spanischen und japanischen Markt auch hochlade. Und dadurch hatte ich jetzt auch schon ein paar Sales durch diese automatischen Uploads, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich lasse halt durch Amazon das Ganze übersetzen. Und ja, dann gehen wir weiter zum französischen Marktplatz. Hier, wie ihr sehen könnt, wie ja schon gesagt, der erste Verkauf hier mit 2,78 Euro. Wie ich dort die Preise einstelle auf den ganzen Marktplätzen, habe ich ein Video gemacht, kam letzte Woche. Wenn euch das interessiert, schaut dort einfach mal rein. Wie gesagt, das war hier auch ein Design, was ich eigentlich für den US-Marktplatz gemacht habe, aber eben auch noch auf den anderen Marktplätzen überall hochgeladen habe. Und hier hat sich es eben direkt jetzt sogar verkauft. Das ist gar nicht lange her, dass ich das hochgeladen habe. Und ich halte hier auch nur auf dem deutschen und dem US-Marktplatz Werbung. Also hier, das sind alles organische Verkäufe auf diesen Marktplätzen hier. Aber zu den Werbungen von den Hauptmarktplätzen kommen wir dann auch später noch. Dann gehen wir weiter zum UK-Marktplatz. Und auch hier der beste Monat, wenn man so sagen kann. Hier beim UK-Marktplatz mit 2 Verkäufen letzten Monat, also im Februar, 4,42 Pfund. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das sind, aber das sind vielleicht 5,5 Pfund oder so. Weiß ich nicht genau. Hier könnt ihr auch sehen, der eine Verkauf war auch hier noch am letzten Tag vom Februar. Und dann gucken wir uns jetzt hier nochmal auch die Monatsübersicht an. Ihr könnt auch hier sehen, All-Time 3 Verkäufe. Im Januar, Dezember waren jetzt hier keine Verkäufe. Jetzt im Februar 2. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht, dass jetzt hier auf dem UK-Marktplatz kontinuierlicher Sales reinkommen. Aber wie gesagt, ich halte dort auch keine Werbung. Und mache jetzt auch kein Research für den UK-Marktplatz extra, sondern wie gesagt, nur für den US-Marktplatz momentan. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum US-Marktplatz hier. Und das kann ich schon mal sagen, war der zweitbeste Marktplatz. Also noch nicht der beste Marktplatz hier im Februar. Wobei der US-Marktplatz jetzt wirklich schon sehr, sehr stark aufholt zum deutschen Marktplatz. Der deutsche Marktplatz war ja bisher immer mein bester Marktplatz. Und ich denke mal, nächsten Monat wird das Ganze sich dann wenden. Aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier auf die Verkäufe vom US-Marktplatz ein. Also erstmal hier, gesamt 109 Verkäufe waren es jetzt im Februar. 455,3 Dollar. 4 Returns, was ich finde sehr gut ist. Und hier könnt ihr auch sehen, dass das Ganze im Vergleich zur dritten Woche des Februars, wo ich ja auch ein Video zugemacht habe, im Durchschnitt ein bisschen angestiegen ist. Also ich hatte hier mal höhere Tage mit 6 Verkäufen, 8 Verkäufen. Allerdings immer noch sehr schwankend, also nicht sehr stabil. Aber ich denke mal auch, da ich ja noch im T2000 bin, 1629 Designs online habe, was ja jetzt nicht so unglaublich viel ist. Also es ist schon viel, aber im Vergleich jetzt zu, keine Ahnung, Aaron zum Beispiel, wo die Sales ja wirklich sehr stabil sind, kann man das halt nicht vergleichen. Ja, dann gehen wir jetzt hier auch noch auf die Monatsübersicht ein und danach gucken wir uns die Werbung mal an. Also ihr könnt sehen, das Ziel ist eigentlich erreicht. Der Februar war besser als der November. Hat hier in der dritten Woche vom Februar auch so ein bisschen hochgerechnet, dass das Ganze eigentlich klappen sollte. Und das Ganze hat jetzt funktioniert. Darüber bin ich eigentlich ganz glücklich. Allerdings, wie ihr gleich sehen werdet, ist die Werbung wirklich sehr, sehr stark eskaliert. Aber dazu dann später. Ja, insgesamt auf dem US-Marktplatz jetzt Brutto 566 Verkäufe. Da müssen noch dann 36 Returns runtergerechnet werden. Und insgesamt verdient schon auf dem US-Marktplatz 2.343 US-Dollar. Royalties per Sale müssten ungefähr gleich sein. Ich habe jetzt nichts an den Preisen umgestellt. Es haben sich diesen Monat auch relativ viele neue Produkte verkauft, weil ich eben auch gerade am Hochladen bin. Wie ihr hier auch schon gesehen habt, ich habe ja gerade 1.629 Designs online. Habe jetzt auf jeden Fall schon mal die 80% hier erreicht. Also falls ich dann im nächsten Monat die 2.000 Sales knacken sollte, bin ich halt schon mal ready für das T-Hub. Aber auf jeden Fall möchte ich eigentlich nächsten Monat hier die Design-Slots auch füllen und dann 2.000 Designs online haben. Allerdings muss ich auch mal gucken, ob ich das wirklich schaffe, weil jetzt auch mein Studium wieder angefangen hat und ich da dieses Semester ein bisschen mehr zu tun habe. Aber ich will generell eh ein bisschen mehr versuchen, effizienter zu arbeiten, nicht so viel Netflix oder sowas zu gucken. Und ich denke mal, dann sollte ich auch genug Zeit haben und dann denke ich mal, bin ich auch produktiver und schaffe dann hier auch dieses Ziel. Ja, dann gehen wir nochmal kurz hier auf den Monatsvergleich. Nächsten Monat ist mein Ziel hier auf jeden Fall den Dezember zu knacken bzw. auf das Level zu kommen. Ich habe jetzt auch ein paar Trend-Designs gemacht. Eigentlich mache ich ja nur Evergreens, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein paar Trend-Designs, um vielleicht auch schneller die 2.000 Sales zu bekommen. Also ich habe da ein paar Designs für den Trend St. Patrick's Day gemacht. Mal gucken, wie das läuft, wenn sich das ganz gut entwickelt. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, wie ich da dann die Werbung und so weiter auch eingestellt habe. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. So, dann gehen wir jetzt hier, würde ich sagen, erstmal zur Werbung vom US-Marktplatz und danach zum deutschen Marktplatz. So, und hier könnt ihr auch schon direkt sehen, dass die Werbung wirklich eskaliert ist. Also ich habe hier fast 500 US-Dollar ausgegeben und wie ihr hier sehen könnt, habe ich ja nur 455 US-Dollar eingenommen. Das heißt, hier sogar ein Minus auf dem US-Marktplatz, was ich ja schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Ich glaube, zuletzt war das im Oktober so. Und ihr könnt es hier auch am Verlauf der 30 Tage sehen. Es wurde halt immer mehr an Ausgaben, also hier die blaue Linie sind die Ausgaben, sind immer mehr geworden. Ich habe ja schon in den Wocheneinnahmen-Videos gesagt, dass ich da ein bisschen rumgetestet habe. Aber hier zum Ende, in der vierten Woche, ist es dann auch nochmal richtig eskaliert, obwohl ich nichts mehr getestet habe eigentlich, sondern alles wieder eigentlich auf den Ursprung quasi gesetzt habe, wie ich es hier am Anfang hatte. Und trotzdem ist es hier sehr, sehr stark angestiegen. Aber generell, Ausgaben sind ja jetzt nicht so schlimm, wenn die Einnahmen passen. Aber wenn wir jetzt hier nochmal den ACOS einschalten, könnt ihr auch sehen, dass der ACOS halt ziemlich schlecht ist, jeden Tag. Und für alle, die sich jetzt noch nicht so gut auskennen mit Amazon Advertising, das heißt halt, dass der ACOS umso höherer der ACOS halt ist, desto unprofitabler bin ich halt. Also umso mehr habe ich ausgegeben für einen Verkauf, also für eine Bestellung. Und profitabel bin ich so beim 24er ACOS. Das heißt, dann zahle ich für jede Bestellung so viel, dass ich mehr dadurch einnehme. Aber das war halt eben hier nicht der Fall. Und hier der schlechteste Tag war hier am 27. Februar mit 165,2% ACOS. Ich glaube, das ist auch der höchste ACOS, den ich jemals hatte. Und ja, Ausgaben habt ihr auch schon gerade gesehen, waren an dem Tag auch sehr hoch, hier mit 28 Dollar. Also hier bin ich auf jeden Fall gar nicht zufrieden. Ich habe jetzt hier gestern und heute schon einiges angepasst, weil ich verbessere das Ganze jetzt Tag für Tag. Also es geht jetzt hier so hoffentlich langsam wieder runter in die richtige Richtung. Und heute muss ich auch schon sagen, hier am 1. März, wo ich das aufnehme, ist es auch schon wieder deutlich besser. Also es ist jetzt gerade bei mir 9,017. Die Hauptzeit vom US-Markt kommt jetzt natürlich noch, aber hier an diesen hohen Tagen hatte ich jetzt zu dieser Zeit schon einen sehr hohen Ad-Spend auf dem US-Marktplatz. Und das ist jetzt eben nicht der Fall gerade. Deswegen glaube ich, habe ich das jetzt wieder ein bisschen besser im Griff. Ja, insgesamt hier nochmal, könnt ihr ja sehen, 33er ACOS, 78 Bestellungen. Wir hatten ja insgesamt 109 Bestellungen. Der Rest halt organische Verkäufe. Sind jetzt auch nicht so viele organische Verkäufe leider. Ich hoffe, das verbessert sich noch. Mich würde auch mal interessieren, wie das bei euch ist, das Verhältnis von organischen Verkäufen und den Verkäufen durch die Werbung. Ist es bei euch auch eher so, dass ihr mehr Verkäufe durch die Werbung habt oder habt ihr mehr organische Verkäufe? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann habe ich ja noch eine neue Serie gestartet, wo wir 5 Designs ein Jahr lang bewerben. Da kamen natürlich auch ein paar Ausgaben, aber da ist jetzt noch nicht so viel passiert, dass es hier so einen großen Einfluss drauf hätte. Also daran liegt das nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter zum deutschen Marktplatz bei Match bei Amazon und gucken uns mal an, ob es da besser lief. Also hier beim deutschen Marktplatz könnt ihr sehen, heute schon viel Verkäufe. Ist eigentlich ganz gut für die Uhrzeit. Leider schon wieder ein Return. Und gestern auch schon drei Returns reinbekommen. Also Returns gehen gerade wieder gut ab. Aber ihr könnt es sehen, hier insgesamt zehn Returns. Also es geht eigentlich, da wir 132 Verkäufe hatten, fast 500 Euro Einnahmen und ja 15 gecancelt. Hatte ich ja schon in einer der Wocheneinnahmen-Videos gesagt, dass da ein Design sehr, sehr viele gecancelt wurden. 14 Stück oder 13 Stück, glaube ich, an einem Tag. War sehr, sehr komisch. Aber ja, außerdem haben wir jetzt hier auch auf dem deutschen Marktplatz hier noch die 4000 Euro Einnahmen geknackt. Ich dachte ja eigentlich letzte Woche noch, dass das Ganze erst im März das wird. Aber habe ich jetzt doch schon hier im Februar noch erreicht. Und auch hier könnt ihr sehen, sind wieder ein paar starke Tage dabei. Aber im Durchschnitt würde ich mal so sagen, hier so vier bis fünf Verkäufe pro Tag. Müsste auch leicht besser sein als in der letzten Woche. Und damit ja vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass es jetzt auch wieder im März weiter nach oben geht. So, dann gucken wir mal, ob der Monat auch besser war als der Vormonat. Und da können wir sehen, hier ganz knapp mit zwei Verkäufen ist der Februar noch besser als der Januar. Hätte ich jetzt am Anfang des Februars eigentlich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, der Februar wird deutlich besser als der Januar. Hier so in die Richtung von November, irgendwie zwischen November und Januar. Aber leider waren die zweite und dritte Woche nicht so gut. Deswegen jetzt hier leider nur auf dem Niveau vom Januar. Zum nächsten Monat kann ich eigentlich schwer was zu sagen, weil ich ja gerade momentan nicht auf dem deutschen Marktplatz hochlade. Also ab und zu mal ein paar Designs, aber das sind vielleicht 20 im Monat gewesen jetzt im Februar, wenn überhaupt. Und deswegen kann ich jetzt schwer einschätzen, ob das Ganze hier noch wächst oder ob es jetzt erstmal auf diesem Level bleibt. Aber ich lasse mich da einfach mal überraschen. Und ja, insgesamt 1183 Verkäufe. 59 Returns ist auch ganz okay. Müsste ja ungefähr 5% sein. Royalties, wie ja schon gesagt, 4.000 Euro geknackt und Royalties per Sale 3,57 Euro. Was glaube ich sogar ein bisschen nach unten gegangen ist, weil sich auch auf dem deutschen Marktplatz im Februar im Vergleich zu den anderen Monaten mehr neue Designs verkauft haben, die ich hier im Dezember, November oder so hochgeladen habe. November war es glaube ich eher, Oktober auch. Und ja, dann gehen wir auch mal weiter zur Werbung vom deutschen Marktplatz. Bei der Werbung auf dem deutschen Marktplatz war ich sogar noch ein bisschen unprofitabler als auf dem US-Marktplatz. 40er ACOS hier, Ausgaben 360 Euro knapp, 55 Bestellungen. Und wir gehen noch mal kurz zum MBA-Account. Ihr könnt sehen, also 55 Bestellungen, 360 Euro Ausgaben. Und es waren ja 132 Verkäufe, 500 Euro Einnahmen. Das heißt, auf jeden Fall mehr eingenommen als ausgegeben. Aber wie ihr auch schon am ACOS gesehen habt, viel zu viel für die Werbung ausgegeben. Und sonst hier aber auf dem deutschen Marktplatz deutlich mehr organische Verkäufe. Also 55 Verkäufe ja durch die Werbung und der Rest halt ohne Werbung, was ja mehr als die Hälfte sind. Was ich auch auf dem US-Markt hoffe, dass es bald in diese Richtung geht. Aber ich denke mal, das wird sich dann auch noch so entwickeln. Weil ich glaube, auf dem deutschen Marktplatz war es am Anfang auch so, dass die Verkäufe durch die Werbung deutlich mehr waren als die organischen Verkäufe. Ja, dann gehen wir wieder zurück zur Werbung. Gucken wir uns hier mal die 30 Tage an. Also im Blau hier gerade momentan wieder die Ausgaben. Da ist es hier vor allem in der dritten Woche sehr stark nach oben gegangen. Aber da hatte ich auch in dem Video gesagt, zu den Einnahmen in der dritten Woche, dass ich hier ein bisschen was rumprobiert habe. Habe ich dann hier wieder ein bisschen angepasst. Dementsprechend ist es auch wieder runtergegangen. Aber dann ist es trotzdem wieder hochgegangen. Wie auch auf dem US-Marktplatz. Hier die letzten Tage, beziehungsweise die letzte Woche. Und auch hier habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen sehr viel angepasst. Und ihr könnt auch sehen, gehen jetzt zum Glück die Ausgaben auch runter. Und die Impressionen bleiben aber dennoch auf dem gleichen Niveau. Ja, dann viele haben mich auch gefragt bei Instagram. Also da könnt ihr auch mir immer gerne Fragen stellen. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Sonst könnt ihr aber auch gerne einfach in die Kommentare hier schreiben. Ja, wie gesagt, dort haben viele gefragt, wie viel ich so im Durchschnitt pro Klick ausgebe. Und hier könnt ihr sehen, sind es 25 Cent auf dem deutschen Marktplatz. Auf dem US-Marktplatz habe ich gerade gar nicht gezeigt. Aber denkt mal, ihr habt das gesehen. Wenn nicht, spult einfach nochmal zu kurz zurück. Und ja, auf dem US-Marktplatz, hatte ich ja gesagt, habe ich ein paar Designs, die ich jetzt für Trends gemacht habe. Hier auf dem deutschen Marktplatz ist es aber nicht so. Da habe ich jetzt immer noch überwiegend Evergreens online. Dementsprechend versuche ich jetzt auch im nächsten Monat hier die Ausgaben ein bisschen weiter runter zu senken. Und dafür am Ende dann auch mehr Gewinn zu haben. Weil diesen Monat tut mir das schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich hatte nämlich zur Hälfte so 400 Euro Gewinn circa. Waren es, glaube ich. Ihr könnt ja mal in anderen Einnahmenvideos gucken, wenn es euch interessiert. Und jetzt am Ende ist es deutlich weniger. Aber wie viel zeige ich euch dann jetzt? Also hier könnt ihr die Zusammenfassung nochmal sehen. 230 Verkäufe jetzt im Endeffekt. Da sind jetzt schon Returns abgezogen, was insgesamt 14 Stück waren. Ich hatte ja hier im Februar die 250 angepeilt. Das war jetzt ganz knapp nichts. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Viel schlimmer ist hier eigentlich die Werbung. Denn ihr könnt hier sehen, 803 Euro oder beziehungsweise 8,04 Euro habe ich hier ausgegeben. Für 133 Verkäufe und Einnahmen waren es insgesamt 917. Das heißt, hier nur knapp 100 Euro Gewinn. Ich werde jetzt auch höchstwahrscheinlich in die Regelbesteuerung wechseln. Rückwirkend für das letzte Jahr auch noch. Deswegen habe ich auch die Tabelle ein bisschen angepasst. Und deswegen muss ich jetzt hier auch nicht mehr 19% auf die Werbung zahlen. Ja, dann gehen wir hier weiter runter. Da können wir sehen, die Return Rate ist auch ein bisschen hochgegangen. 5,41% jetzt. Letzte Woche war sie, glaube ich, noch bei 5,2 irgendwas Prozent. Also ist jetzt nicht gravierend, aber ist auf jeden Fall ein bisschen hochgegangen. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal All-Time das Ganze an. Können wir hier sehen, ist ein leichter Anstieg zum Januar. Und ja, eine Steigerung ist natürlich immer gut. Aber wie schon gesagt, Werbung ist natürlich sehr, sehr stark eskaliert in der letzten Woche. Und das werde ich auf jeden Fall im März versuchen zu verbessern. Hier bei der 90-Tage-Ansicht könnt ihr eigentlich auch nochmal ganz gut sehen. Hier die erste Woche war sehr, sehr gut. Waren auch die besten Tage bisher im Jahr. Und dann hier so ab dem 13. Wurde es eigentlich relativ schlecht. Und dann ging es aber auch hier wieder nach oben in der vierten Woche. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann der März wird. So, dann können wir auch nochmal gucken, wie es im letzten Jahr aussah. Da war hier nur ein Verkauf. Das heißt natürlich sehr, sehr stark besser. Aber ich habe ja auch erst im Januar angefangen. War dann hier im T10 noch, glaube ich sogar. Oder T25, weiß ich gerade gar nicht. Achso, ne, hier. Sieht man es ja, T25 war ich im Februar geworden. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen. Aber ich sehe auf jeden Fall schon mal, dass sich das Ganze verbessert hat zum letzten Jahr. Und ja, das motiviert mich auf jeden Fall weiterzumachen. Und dann hier in diesem Jahr hoffentlich den Dezember zu verdoppeln. Oder vielleicht sogar zu verdreifachen. So, und dann kommen wir jetzt insgesamt bei NBA auf 6.093,06 Euro Einnahmen. Das heißt, im Februar haben wir jetzt hier die 6.000-Euro-Marke geknackt. Verkäufe 1.631, das sind jetzt ein paar mehr, als hier steht. Ich habe mir hier in den Anfängen irgendwo ein paar Sales irgendwie vergessen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt momentan 1.660 ca. Dann Designs, wie ja schon gezeigt, 1.629 gerade online. Und hier immer noch die Ausgaben für die Shirts, die ich selber gekauft habe, um aus T10 und T25 rauszukommen. Hier kann man auch nochmal ganz gut sehen, was die Verkäufe angeht. Ist es wirklich ein ganz guter Anstieg eigentlich im Vergleich zum Januar. Und ich hatte ja gesagt, ich habe hier die Tabelle ein bisschen angepasst. Das heißt, ich habe jetzt hier ein paar neue Sachen mit eingefügt, beziehungsweise das Ganze ein bisschen übersichtlicher gemacht. Aber erstmal gehen wir jetzt zu Spreadshirt. Und Spreadshirt war im Februar mal wieder eine Enttäuschung. Ich hatte ja im Januar eigentlich gedacht, dass das Ganze gar nicht so schlecht läuft. Aber im Januar jetzt nur 4 Verkäufe hier. Im März jetzt hier zum Glück schon am ersten direkt einer. Aber das heißt leider bei Spreadshirt nichts. Ich blende hier nochmal kurz die Vergütung ein. Also hier ein Verkauf mit 6 Euro, dann hier 4,50 Euro und dann zwei mit 3 Euro. Hier oben könnt ihr sehen, ich habe ein paar Designs wieder hochgeladen. Ich hatte letzte Woche ja knapp an die 2200, glaube ich. Habe jetzt hier nochmal knapp 30 Designs ungefähr hochgeladen. Das war eine Nische. Also für alle, die die letzten Videos nicht gesehen haben, ich lade immer pro Nische quasi hoch. Weil ich da immer relativ das gleiche Listing nehme und dann so einfach weniger Aufwand habe. Und meine Hauptplattform jetzt auch nicht Spreadshirt ist, deswegen lade ich hier oder versuche eine Nische pro Woche hochzuladen. So, dann gucken wir hier nochmal kurz uns die 6 Monate an und danach die Jahresansicht. Also 6 Monate sieht hier sehr, sehr leer aus. Vergütung können wir auch nochmal kurz einblenden. Aber dann gehen wir nochmal auf die Jahresübersicht. Und das ist das Enttäuschende eigentlich. Hier im Februar nämlich schlechter als im letzten Jahr. Und im letzten Jahr hatte ich hier im Februar die Hälfte der Designs online. Sogar ein bisschen weniger. Also wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und von der Vergütung her ist der Februar ein bisschen besser. Aber das liegt halt an dem einen Verkauf mit 6 Euro, den ich am Anfang diesen Monats hatte. Ja, nächsten Monat März hatte ich hier 8 Verkäufe. Mal gucken, ob das das wird. Aber viel Hoffnung habe ich da jetzt ganz ehrlich nicht, muss ich sagen. So, dann gehen wir kurz in die Tabelle und gucken uns danach auch schon direkt KDP an. Also hier bei den Einnahmen muss natürlich noch die Umsatzsteuer abgezogen werden, die man bei Spreadshirt ans Finanzamt abgeben muss. In der Regelbesteuerung und in der Kleinunternehmerregelung ja gar nicht ausgezahlt bekommt. Deswegen hier 13,87 Euro statt 16 Euro irgendwas, was gerade bei Spreadshirt stand. Und ja, damit insgesamt Einnahmen 94,83 Euro. Bei Spreadshirt 171 Verkäufe. Und ja, Designs muss ich nochmal kurz anpassen. 2.229 jetzt insgesamt. Hier die 360 Euro. Immer noch die Ausgaben für das Wechsel jetzt. Lifetime-Abo. Damit immer noch die Ausgaben von 519,60 Euro. Bei KDP keine Ausgaben. Dort schalte ich ja keine Werbung. Was sich aber jetzt demnächst auch ändern möchte. Aber erstmal gucken wir uns jetzt die Verkäufe im Februar. Hier bei KDP hat sich jetzt zum Glück in der letzten Februarwoche nochmal etwas verkauft. In der ersten Woche sah es sehr gut aus. Vier Verkäufe. Zweite Woche gar keinen Verkauf. Dritte Woche auch nicht. Und dann jetzt hier in der vierten Woche zum Glück nochmal einen Tag mit zwei Verkäufen. Waren auch zwei unterschiedliche Notizbücher. Und wir gehen nochmal hier weiter runter. Einnahmen waren es damit jetzt 17,94 Euro. Alle vom deutschen Marktplatz. Und ich muss auch sagen, dass ich auf KDP hier schon wieder nicht hochgeladen habe diesen Monat. Also jetzt schon zwei Monate, wo ich eigentlich hochladen wollte. Nicht hochgeladen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selber. Aber ich habe halt eben auch noch gerade sehr, sehr viel bei Merch bei Amazon zu tun. Und jetzt auch wieder das Studium. Und ich mache ja auch noch hier die Videos, die sehr, sehr viel Zeit kosten. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier einfach einen Daumen hoch auf dem Video da lasst. Wenn es euch gefallen hat natürlich. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann ein kostenloses Abo da lasst. Ja, sonst gibt es wie immer auch nicht so viel zu KDP zu sagen. Und wir gehen zurück zur Tabelle. So, also hier nochmal zusammengefasst. KDP zum letzten Monat einen Verkauf besser. Bei KDP insgesamt jetzt 226 Euro eingenommen. 75 Verkäufe. Immer noch 1.163 Designs online. Ich habe dort nur Notizbücher ganz simpel hochgeladen, wo vorne die Designs drauf sind, die ich auch hier bei den anderen Plattformen, also Spreadsheet und MBA, oben habe. Und ja, sonst insgesamt Umsatz im Februar 949 Euro. Werbekosten 803 Euro 86. Verkäufe 240 und Profit hier im Februar 145 Euro und 20 Cent. Also hier weniger als die Hälfte zum Januar, was Profit angeht. 30 Verkäufe besser. Aber das liegt halt hier ganz stark an den Werbeausgaben, die ich auf jeden Fall im März versuchen werde, wieder deutlich, deutlich runterzudrücken. So, hier habe ich jetzt nochmal Profitgesamt aufgelistet. 2.251,86 Euro. Zum jetzigen Stand Verkäufe 1.877 Euro. Über alle Plattformen hinweg ist das hier. Und Designs Gesamt 2.229 Euro. Ausgaben hatte ich schon angesprochen. Und hier unten rechts habe ich nochmal aufgeführt, Werbekosten gesamt 4.558,20 Euro und Umsatz gesamt 6.810 Euro gelatt. Die beiden Zahlen habe ich jetzt hier auch nochmal grafisch dargestellt. Da kann man auch ganz gut sehen, dass die Werbekosten schon sehr, sehr hoch sind. Und das wird auf jeden Fall jetzt ein Ziel für den März, dass ich da deutlich an den Werbekosten bzw. an der Werbung drehe. So, hier links könnt ihr auch nochmal sehen, die Einnahmen sind runtergegangen. bzw. das Blaue ist jetzt hier der Profit und Verkäufe leicht angestiegen. Also insgesamt zum Februar. Als Fazit kann ich ganz klar sagen, muss ich deutlich an der Werbung arbeiten. Ich habe da auch immer so einen leichten Drang, zu viel auszugeben, muss ich sagen. Also ich gehe da lieber mit aggressiveren Bits rein und fahre dann das Ganze erst runter, anstatt erstmal niedrige Bits einzustellen und dann hochzugehen. Da bin ich eher der erste Fall. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mich im März dort zu verbessern. Wie immer, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch lief im Februar. Wart ihr auch so unzufrieden mit eurer Werbung oder sieht es bei euch ganz anders aus? Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.